Fräulein Menke ist die allererste, die 2017 im Dschungelcamp raus muss, wo einfach zu wenig Stimmen zusammengekommen sind, die Zuschauer sie nicht weiter sehen wollen. Und ich muss sagen, wieso das denn? Ich meine, die war doch oft der, ich sag mal, Content-Initiator oder Initiatorin. Ich meine, viele Sachen, die da so passiert sind, die auch lustig oder kurios waren, da war sie sozusagen durch Fragen und durch Beteiligung mit dran ursächlich, dass Unterhaltung passiert. Also ich sag mal so, der Hessler, der hat ja gar nicht so gut wie gar nicht stattgefunden. Oder die Nicole, die hat man ja auch fast gar nicht bemerkt. Da fragt man sich, war die im Camp? War die da? War da was? Es ist ja quasi praktisch, ja, also ich hätte eher gedacht, die zwei trifft es. Aber ja, aber ich meine, so eine Menke ist wohl dann doch schon zu alt, zu fanlos, für die will keiner mehr anrufen. Aber naja, ich meine, solche alten Leute im Camp sind ja dann eigentlich nur ganz froh, wenn sie früher raus können, dass sie sich nicht mehr so lange quälen müssen und privat sind sie auch immer froh, wenn sie früher noch rauskommen.